Hi meine Lieben, ich wollte noch kurz ein Outfit of the Day machen und Face of the Day und deswegen stehe ich jetzt mal ganz kurz auf und zeige euch ein bisschen was. Jetzt fängt gerade die Katze an mit der Abdeckung von der Linse zu spielen, mit der Abdeckung. So, ich werde jetzt mal kurz aufstehen und im Vorab, ich war wieder bei der Halle und die Anziehsachen habe ich fast alle daher und deswegen schaut euch das Hallen Video an, was ich gleich auch noch hochladen werde. Okay meine Süßen, also ich fange mal an und zwar fange ich an mit dem Schmuck und zwar trage ich so süße Ohrringe, die habe ich von meiner Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Ich komme mal ein bisschen näher. Die haben so eine kleine Rose da und so Perlen und total süß. Danke, danke nochmal von hier. Ja, die sind von Accessoire, glaube ich. Dann trage ich auf meinen Lippen einen P2 Lippenstift, auf den Augen mein Alltags Make-up und das habe ich mal hochgeladen. So, dann trage ich so einen schönen Schal, Moment, ich stehe mal eben so auf, so einen Schal von der Halle, den habe ich mir heute gekauft, mit so einem wunderschönen Muster, wie ich finde und mit so Bömmelkes und die Kette von Thomas Sabo. Dann trage ich hier meine Fossiluhr und auch dieses Armbändchen ist auch von der Halle für 1 Euro. Achso, jetzt habe ich gar nicht die Preise gesagt. Der Schal hat 1,90 Euro gekostet. Trage ich hier noch zwei Armbänder, die sind von Kik, haben auch 1 Euro, ne 50 Cent, glaube ich, gekostet. Die Uhr kostet 99 Euro, das Armband 1 Euro gekostet. So, dann kommen wir zum Oberteil, was ich anhabe. Das ist hier so geriffelt und unten auch geriffelt und ein Longtop an. Das ist von H&M, darunter eine Jaggings in Grau. Das ist auch hier so geriffelt und mit Gummis. Und ja, wie ich finde, super schöne Kombi. Darauf hatte ich so Schuhe mit so Fell an. Und ja, weil wir waren heute essen. Und ach ja, genau, wartet. Moment, ich zeige euch noch, womit ich das kombiniert habe. Kleinen Moment. Hi meine Lieben, da bin ich nochmal. Ich wollte euch kurz noch zeigen, womit ich es kombiniert hatte. Und zwar mit dieser Weste hier. Die habe ich euch schon mal in einem Haul gezeigt, also meinem letzten Haul. Das ist so eine Fellweste und die hatte ich an, weil es war schon ein bisschen kalt. Und heute. Und wir waren zum Essen eingeladen. Bei meinem Rudi. Happy Birthday, nochmal nachträglich. Und ja, deswegen die nochmal ein bisschen, um die Wärme zu halten. Okay, meine Süßen. Jetzt gleich kommt mein Haul für euch. Achso, ich habe noch vergessen. Ha, ha, ha. Ich habe noch meinen Ring vergessen. Der ist von eBay. Okay, meine Süßen. Ciao. Bye.